Fahren die der Sloop schon die ganze Zeit hinterher vielleicht? Kann sein, ja. Die fahren jetzt aber voll gegen die Insel, die... Oh ja! Hab doch gesagt, der kommt aus Feld. Wo ist denn die Sloop überhaupt hin? Ich seh die gar nicht mehr. Ja auch nicht. Na, die ist weitergefahren. Die hat die Insel nicht getroffen. Ah, da ist die Sloop, ja. Oh, aber wir treffen die Insel gleich! Wir treffen die Insel! Ah, wir treffen die Insel! Nein, nicht ankern! Das ist doch alles geplant, ey. Alter, ein krasses Windmanöver werden, ja.